Servus, grüß dich und hallo meine Leute und sehr herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online Customer Training. Jo, wieder mit dabei ist heute über Playgestalt. Hallo, hey! Und der lieber Zegelui ist auch noch mit dabei. Zegelui aka CGI Luigi aka Snapback for the win back. Aka halt den Rand du sabbel. Nein. Du hältst jetzt dein Maul. Nein! Ich hab dir das schonmal gesagt. Wir haben privat darüber geklärt. Ich kann auch nur mal meine Mama Bescheid sagen. Ah, scheiße. Er ist ein Lappen. Halt die Fresse. Tschüss, Louis. Fahrt ihr Lappen denn hier, ne? Du willst schon, dass man mit dem Maul. Ja, machen wir doch alles. Wenn man lesen würde. Hey, Tommy. Wo wisst du, Mann? Wo der beste Weg ist, ihr Opfer. Ist im Himmel. Lecker. Mein Motorrad kommt doch nicht hoch. Nein. Nicht hoch. Ja, ach nee. Kann die auch in der Beschreibung. Lalalalala. Hey, jetzt nehmt der meine Route. Was soll denn das? Hey, nehmt beide meine Route. So, ihr verpisst doch jetzt erstmal die 10. in dir. Ja, das Aufholen ist vielleicht so eine Sache hier. Du Missgeburt. Tommi, ich halte den Rücken frei. Wir hätten der Tommi schon wieder da vorne, dieser Spritzer. Weiß keiner so genau. Oh, oh. Hihihi. Das war sauknapp gerade. Hi, Tommi. Hihihi. 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 Lalalaloo. Easy. Ah, Luis'n fetter Schuh. Du Missgeburt. Heyhihi. Was hast denn du für Probleme, Alter? Tommi ist mein Problem. Du bist das Problem. Du bist das Problem. Du bist das Problem. Ah. So, erstmal anschauen, was hier Sache ist. Hihihi. Hihihi. Ich guck mich mal um. Ah, ihr müsst komplett den Berg runter. Mhm. Äh, ne, müssen wir nicht. Doch. Ne, müssen wir nicht. Hihihi. Hihihi. Hm? Meine fette Spaß. Oh, verdammt. Ich glaube, ich war zu schnell. Nein. Fuck. Ich war zu schnell zu langsam. Boah, Ficken. Das ist aber auch echt fies, von hier wieder starten zu müssen, ne? Äh, 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 äh. Ach, jesne. Das hab ich gewusst. Das ist hier eigentlich für ne Karte. Das ist, äh, die GTA-Map. Oh. Hih, Tommi. Hey, lass das. Hau ab hier. Du siehst. Nein! Was für ne Muren Fick. So, ich versuch das immer. Ich auch. In einem Durchzug. Das ist unährenhaft. Das macht ihr auch nicht. Hab ich geschafft. Ah, fast geschafft. Junge, wenn ihr das macht, ne? Okay, wir machen das alle ohne. Ohne... Ach, nö. Das ist auch viel zu langweilig. Dann komm ich ja wieder nicht an. Ja, siehste. Weil Patrick ist halt so einer, ne? Der kann das halt nicht anders. Sollen wir jetzt Rücksicht auf den nehmen? Ich kann das nicht anders. Natürlich kann ich... Weil der schlecht ist. Du bist schlecht, Mann. Was ist los? Na! Fick meine Eier. Oh, zu kurz. Hey, das ist mein Spruch. Warum hab ich... Hä? Leute, kann das nicht sein, dass das vielleicht daraus ausgelegt ist, dass man das in einem schafft? Nein, kann es nicht sein. Weil sonst würde ich das nicht machen, dieses Tisch. Nein, natürlich nicht. Mein Map-Up-Bauer... Das... Das nie... Ey! Mach das ja auch nicht aus Langeweile. Du die Wüste! Ah, Mann! Loll! Ach, mit Whisky-Bode. Ich hasse diese Sorge. Entschuldigung. Eben, du Lappen. Äh, okay. Ich muss jetzt hier reinfallen. Uah! Nein! Oh. Vorsichtig. Fisch. Besser, Tommy? Ich bleib jetzt bei Fisch. Was hast du mit Fischen? Ey, was hat denn dieses Motorrad? Da ist es bisschen... Leute, easy, Leute! First try, you bitches! Oh, das war nicht so gut. Oh, easy, Alter. Ist man mal einmal ungestört hier, ne? Eben. Unge... Simon Unge? Unge. Yo! Nein! Was ist mit dem guten Herrn? Ja, ne, der hat auch teilgenommen. Unge. Oh, nein! Ungespielt in meiner Serie. Ungespielt war hier. Unser Gast ungespielt. Unser Gast ungeschlagen. Wie soll man sowas überleben, ihr Lachsficker. Was ist los? Ach, jetzt als Thumbnail und als Titel, ähm, ungespielt war hier. Ungespielt war hier. Genau. Trink dir ein paar Klicks. Mhm. Darum geht's doch bei YouTube, oder? Klicksfarben? Äh, Tommy, du kannst hier lang. Aha. Ja. Nein, Tommy! Du kleiner Faggot! Ach, Faggot ist besser, oder? Lasst euch ruhig Zeit. Ja, auf mich zu beleidigen. Mann! Ey, mach! Oh, der Louis ist so scheiße. Der kann doch nicht nur aufm, aufm Müll landen. Ha 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 ha! So wie du. Freunde. Du bist ja dein zweiter Vorname. Mann! Patrick ist dagegen, boah, der Müll macht! Was? Easy, Leute. Da is er weg. Was ihr? Easy, Alter! Is alles nur Lack. Was für Easy's? Lasst euch von so'n Geschwafel... Leute, das ist der Geh... Uh, ist aber hoch hier! Nix für Leute mit der Höhenangst. Oh, das ist ja was für mich. Hoheit wahrscheinlich, oder? Ja, Hoheit. Hä, stopp! Hä, stopp! Halt, stopp! Jetzt bin ich! Ja, hab gehalt. Hey! Tommi, verpissen Sie sich! Tommi, verpissen Sie sich! Entschuldigung. Der Typ lernt's nicht, ne? Ich schlag mich jetzt selber, wenn ich sowas, wenn ich das sage, das Wort. Oh ja, wenn ich jetzt gleich so'n richtig schönes Klatsch... Lol. Ich möchte gleich so'n richtig schönes Klatschen und so'n richtig so... Also ich jetzt gerade in die Fresse gehauen, ne? Ja! Ja! Nein, ich werd' das Wort nicht mehr sagen. Der brennt morgen noch. Ich hab' ihn fahren lassen. Na? Steh bleib, steh bleib, steh bleib! Boah! Ich hab' natürlich wieder einen fahren lassen. John, was? John, was? Ich hab' Kugelschreiber in den Popo geschenkt. Ja, das ist... Ja, das ist John. Hat's wer von euch schon? Hä? Hat's wer schon da, wer von euch? Was für'n Ding, hat wer von euch? Ja, beide schon? Hallo, ich bin da, ich bin da schon... noch einen Punkt weiter, ey. Und wie Schaffler's Stängel. So, was ist jetzt los? Ach, hier lang. Na? Nein! Mami! Oh, Daddy! Mama Mia! Here we go! Nein! Oh! Hol' mir einen runter. Na, aber schon was cooles. Mal, mal. Der Kleine kennt's wahrscheinlich nicht mal. Nein. Oh, danke. Easy, nächster Punkt. Warum bin ich immer so weh? Was? Was? Huch! Das ist der GTA-Fluch, Tommy. Oh, die Fresse! Äh. Junge, ihr beleidigt mich auch um, darf ich euch nicht rein? Aber wir das machen mit Recht und du nicht. Klappe! 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 Klappe, Leute! Geschlundet! Grüß' ich ihn raus an, Junge. Also... Miskibur! Das ist wahrscheinlich ungespielt, oder? Was? Gut. Ey, jetzt sagt das ja selber, der Lachs. Sag nicht, Miskibur nicht. Oh! Miskibur! Ach, das macht nen Unterschied, oder? Du Lappen! Du Miskiburt! Alright! Leiderhin ist es Ziel! Das ist nicht klar. Nein! Doch! Doch! Nein! Nein! Doch! Oh! 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 Ah, verdammt! Ach, verdammt! Okay. Oh, verdammt! Nicht nervös werden. Oh, verdammt! Vollgas! Lass! Ne! Ich hab's geschafft! Verläuft, Vollgas! Nein! Wer wär das Stück, Alter? Junge, eigentlich sollte ich dich da jetzt runterschubsen, so dumm wie du bist. Wo seid ihr? Hohohohoho! Ne! Isi, Leute! Und da gewinnt er das Rennen! Ich hab's auch! Lol, Alter! Was ist das? Was? Dieser Lappen gewinnt das? Hallo? Wer war's? Man musste auf Stromdinger springen. Da seid ihr erst? Ja! Nein! Hihihi! Hihihi! Hä? Hier auch schon was ziehen. Nice! Ah! Auszeichnung! Champion! Oh, ja! Hey, Louis! Du musst doch auf die Stromdinger drauf, nicht daneben! Hm, hm, hm! Lass das mal lieber Tommy! Hm? Wieso? Du bist doch daneben gefahren! Hihihi! Du guckst aber nicht grad mir zu, oder? Nein, das würd ich nie tun! Ich kann euch beiden zugucken in der Richtung! Komm mal! Was macht denn ihr für ne Scheiße, Mann? Komm mal, komm mal, komm mal, Kameleon! 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 Tommy, was soll das? Einfach unsere Welt! Warte! Ihr könnt doch einfach auf die Stromdinger drauf springen! Ist doch voll easy! Das geht nicht, du Lachs! Ich bin doch trüch gefahren, du Lappen! Das ist mir nicht passiert! Das ist mir nicht passiert! Ihr müsst einfach nur rüberspringen! Ihr müsst auf die... Ihr müsst nicht mal Vollgas! Lass dich ausholen, gar nichts! Halt die Fresse! Das ist mega einfach! Ja, ach ne! Mann! Hallo! Schön vorbeigesprungen! Achmed lach nicht! Ich krieg mal Tach nicht! Und da! Danke! Jetzt wirst du endlich mal... Äh, du, äh, Louis, du musst da Vollgas ein bisschen leicht nach links! Loll! Guck mir das an Patrick! Ich bin ein bisschen... Nicht nach rechts! Das ist mir nicht passiert! Du bist so ein Hurensohn, ne? Ohne Witz! Entschuldigung, aber du bist echt der Dreckigste! Äh... Nicht hier schon nach links! Ach Junge, ne? Ohne Witz, du reichst mir! Tommi, Tommi! Einfach geradeaus! Einfach geradeaus! Und dann bei der letzten Rampel so mittig abspringen und du musst ein bisschen in der Luft gleiten! Oh, okay, okay, okay! Ah! Hast du ihn verarscht? Jetzt hat der es aber, der Hund! Ein Hobel! Ja! Easy! 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 Kein Problem! Warte mal, kann man dem Louis noch irgendwie zugucken? So für eine halbe Minute? Irgendwie sowas? Ja, du bist viel zu kurz gesprungen, Louis! Ich muss langsam fahren! Ich hasse dich! Du bist doch schlecht, Louis! Ey, Louis, da musst du ganz schnell drüber springen, über die Rampe! Ja, Leute! Ich mach mal kurz die Abmode! Haut da rein! Schaut auf jeden Fall nicht bei den beiden vorbei! Reabonniert die am besten! Wie er so eine Abmode macht für seinen nicht vorhandenen Kanal! Ja, ja, gell! Süß! So dann, würd ich sagen, machst du's für die heutige Folge! Ja, guckt in die Videobeschreibung, dass der Link zum Blechstart dringt! Alter, ich kann nichts mehr reden! Mach nix! Durch Instagram, Facebook und Twitter könnt ihr mir gerne folgen! Und nachschreiben natürlich! Ja! Wir sagen danke, bis zum nächsten Mal! Bei wem kommt grad der Krankenwagen? Ach, der fährt beim Louis vor, ne? Tschüss! Nein, 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 wir warten jetzt! Ich verstehe nicht, dass die Aufnahme hier zu Ende ist! Ich verstehe nicht, dass die Aufnahme hier zu Ende ist!